Der Peña war schon sehr krank und der Edlinger hat ihn besucht und der Anton Peña hat den Rudi hergenommen und hat gesagt, Rudi, ich freue mich, dass du Präsident wirst. Ich wünsche dir alles Gute und bitte passen wir auf mein Rapid auf. Diesen Appell möchte ich an meinen potenziellen Nachfolger weitergeben. Passt es mir bitte auf Rapid auf. Rapid ist etwas ganz Besonderes. Es wird sicher ein sehr emotionales Interview. Das Ganze gibt es übrigens am Freitag um 19.15 Uhr auf W24. Ganz kurz von deiner Warte aus, wie emotional ist es, nur noch wenige Tage Präsident der S.K. Rapid zu sein? Schon sehr emotional. Wir werden das besprechen. So machen wir das. Bitte mit dabei sein. Kommender Freitag 19.15 Uhr, Rapid Viertelstunde auf W24 oder www.w24.at. Wir werden das. Bitte mit dabei sein.